Doch wir warten ungeduldig auf die nächste Bahn Wer klaut einen Beutel voll Pillen? Mutterficker, wer ist heute in der Bild? Wer kackt Frau Merkel auf den Bauchen, wird dabei von Schäubel gefilmt Leih mir bitte mal nen Zehner, Mann, denn ich will nicht zum Klauen in den Rewe, Mann Der goldene Schuss mit neuen Fehleralarm, denn das macht kein Heroin, es war Leber dran Mach mal wieder Finster, Homie, zeig mir die Leute, die im Dreck Glauben, du bist höchstens Biathlet, schießen und dann weg Laufen, ey, Nutter, du hast eine gute Line So, das waren meine beiden Lieblingsparts Die anderen habe ich auch schon so ein bisschen neu rumgewerkelt Das ist irgendwie nicht so meins Aber ja, ich überlege gerade, ob ich das ganze Lied nicht einfach machen soll Und vielleicht dann dazu auch noch ein Video bringe Ob ich da, ich weiß nicht, es könnte dann halt etwas dauern mit dem Video Wäsch, im Winter und so, ist ganz schön kalt Aber ja, ich hätte schon Lust Auch dazu dann, wenn ich das Lied dann schon komplett mache Und es irgendwie gebacken bekomme, vor allem der Refrain Ich dachte am Anfang, der Refrain ist ultra einfach, aber nein Das hört sich so eklig gequält an Ja, was sagt ihr dazu? Wie mehnt ihr dazu, ja? Die Bonkart Ciao, ciao